Damit rufe ich den Tagesordnungspunkt 2 auf, die Wahl des Bundeskanzlers. Der Herr Bundespräsident hat mir hierzu mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland schlage ich dem Deutschen Bundestag vor, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler zu wählen. Ich bitte nun um Ihre Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahlverfahren. Die Wahl findet mit verdeckten Stimmkarten also geheim statt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, also mindestens 369 Stimmen, erhält. Für diese Wahl benötigen Sie Ihren blauen Wahlausweis aus Ihrem Stimmkartenfach in der Westlobby. Die Abgeordneten auf den Tribünen haben oder werden noch ihre Wahlausweise vom Plenarassistenzdienst erhalten. Bitte kontrollieren Sie, ob der Wahlausweis auch Ihren eigenen Namen trägt. Die Abgeordneten hier unten im Plenarsaal werden in der Abgeordnetenlobby wählen. Gehen Sie zum Wählen bitte erst nach Aufruf Ihres Namens. Nicht alle auf einmal. In der Abgeordnetenlobby erhalten Sie an den Ausgabetischen eine blaue Stimmkarte und auch den amtlichen Wahlumschlag. Die Abgeordneten auf der Tribüne werden auf der Tribünenebene wählen. Dort befinden sich auch ein Ausgabetisch für die genannten Wahlunterlagen sowie eine Wahlkabine. Gültig sind nur Stimmen mit einem Kreuz bei Ja, Nein oder Enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Sie dürfen Ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen und Sie müssen ebenfalls noch in der Wahlkabine die Stimmkarte in den Umschlag legen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt, zurückzuweisen. Die Stimmabgabe kann in diesem Fall jedoch vorschriftsmäßig wiederholt werden. Nachdem Sie die Stimmkarte in eine der Wahlkabinen gezeichnet und dort in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahluhren. Bevor Sie den Wahlumschlag in eine der Wahluhren werfen, müssen Sie Ihren Wahlausweis einer der Schriftführerinnen oder einem der Schriftführer an der Wahlurne übergeben. Der Nachweis der Teilnahme an der Wahl kann nur durch die Abgabe des Wahlausweises erbracht werden. Das Fotografieren oder Filmen der ausgefüllten Stimmkarten stellt einen Verstoß gegen das Wahlgeheimnis dar und verletzt die Ordnung und Würde des Hauses. Für den Fall, dass ich von solchen Verstößen gegen das Wahlgeheimnis in dieser Sitzung oder auch später Kenntnis erhalte, behalte ich mir vor, Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Ich bitte jetzt, die eingeteilten Schriftführerinnen und Schriftführer die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich bitte Sie, den Namensaufruf zu verfolgen und sich nach Aufruf Ihres Namens zur Entgegennahme der Stimmkarte und des Wahlumschlages zu den Ausgabetischen zu begeben. Haben alle Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze in der Abgeordnetenlobby eingenommen? Das ist der Fall. Ich eröffne die Wahl und bitte mit dem Aufruf der Namen zu Beginn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir fangen an. Wir fangen an. Tobias Becherle, Karolin Bachmann, Lisa Badum, Heike Behrens, Annalena Baerbock, Ulrike Bahr, Daniel Baldi, Felix Banasak, Dorothee Bär, Karl Bär, Nezahat Baradari, Thomas Bareiß, Sören Bartol, Dr. Dietmar Bartsch, Berbel Baas, Nicole Bauer, Dr. Christina Baum, Dr. Bernd Baumann, Kanan Bayram, Katharina Beck, Dr. Holger Beckkamp, Dr. Holger Becker, Jens Beek, Lukas Benner, Jürgen Berghahn, Dr. André Berghegger, Benkt Berghegger, Benkt Berghegger, Mark Bernhard, Peter Bayer, Mark Biadas, Steffen Bilger, Matthias Birkwald, Jakob Blankenburg, Andreas Bleck, René Bochmann, Ingo Bottke, Peter Böhringer, Friedhelm Boginski, Gerion Bollmann, Simone Borschert, Michael Brandt, Michael Brandt aus Fulda, Dr. Jens Brandenburg, Mario Brandenburg, Dirk Brandes, Dr. Reinhard Brandl, Stefan Brandner, Dr. Franziska Brandner, Dr. Helge Braun, Jürgen Braun, Silvia Breher, Sebastian Brehm, Heike Bremer, Michael Breilmann, Leni Breimeyer, Ralf Prinkhaus, Dr. Carsten Brodesser, Dr. Marlon Bröhr, Anitschka Brugger, Franks Bürske, Sandra Bubendorfer-Licht, Katrin Budde, Markus Bühl, Janik Dury, Dr. Marco Buschmann, Karl-Heinz Busen, Peter Büstron, Isabel Cadematore-Duisin, Dr. Lars Castellucci, Dr. Anna Christmann, Tino Krupalla, Gitta Connemann, Jürgen Kosse, Joanna Kota, Karl-Julius Kronenberg, Dr. Gottfried Curio, Mario Czaja, Sevin Dadelen, Dr. Janosch Dahem, Damen, Bernhard Daldrup, Astrid Damero, Ekin Diligöz, Hakan Demir, Dr. Sandra Detzer, Dr. Karamba Diaby, Martin Diedenhofen, Jan Dieren, Thomas Dietz, Esther Dilcher, Sabine Dittmar, Bian Diazari, Alexander Dobrindt, Anke Domscheit-Berg, Michael Dohnt, Felix Döring, Katharina Dröge, Falco Drossmann, Deborah Düring, Christian Dürr, Hans-Jürgen Durz, Harald Ebner, Axel Echeviria, Leon Eckhardt, Ralf Edelhäuser, Thomas Erhorn, Sonja Eichwede, Marcel Emmerich, Alexander Engelhardt, Heike Engelhardt, Martina Engelhardt-Kopf, Thomas Erndel, Klaus Ernst, Dr. Wiebke Ester, Saskia Esken, Dr. Michael Espendela, Dr. Markus Faber, Jasmin Fahimi, Hermann Ferber, Robert Fahle, Ariane Fescher, Dr. Johannes Fechner, Uwe Feiler, Peter Felser, Enak Ferlemann, Susanne Ferschel, Emilia Feester, Sebastian Fiedler, Daniel Föst, Dr. Edgar Franke, Thorsten Frey, Otto Fricke, Dietmar Friedhoff, Dr. Hans-Peter Friedrich, Michael Frieser, Markus Frohnmeier, Dr. Götz Frömming, Fabian Funke, Maximilian Funke-Kaiser. Ingo Gedischens, Janina Gambier, Tessa Ganserer, Martin Gassner-Herz, Matthias Gastel, Dr. Alexander Gauland, Manuel Gawar, Dr. Thomas Gebhardt, Kai Gehring, Dr. Jonas Geißler, Stefan Gelbhaar, Michael Gerdes, Knut Gerschau, Martin Gerster, Dr. Jan Niklas Gesenhüß, Albrecht Glaser, Angelika Glöckner, Hannes Knauk, Nicole Gohlke, Katrin Göring-Eckardt, Christian Görke, Kai Gottschalk, Fabian Grammling, Dr. Ingeborg Gressle, Dr. Armin Grau, Timo Gremmels, Kerstin Griese, Hermann Gröhe, Michael Grosse-Brömer, Uli Grötsch, Markus Grübel, Manfred Grund, Erhard Grundl, Oliver Grundmann, Monika Grütters, Sabine Grützmacher, Serap Güler, Fritz Günstler, Attis Gürpina, Olaf Gutting, Dr. Gregor Gysi. Christian Hase, Dr. Robert Habeck, Thomas Hacker, Bettina Hagedorn, Rita Hagel-Kehl, Dr. Andri Hahn, Florian Hahn, Metin Hackverdi, Reginald Hanke, Mariana Iris Harder-Kühnel, Jürgen Hart, Philipp Hartewick, Sebastian Hartmann, Ulrike Harzer, Britta Hasselmann, Matthias Hauer, Jochen Haug, Dr. Stefan Heck, Dirk Heidenblut, Peter Heid, Hubertus Heil. Mechthild Heil, Frauke Heiligenstadt, Thomas Heilmann, Gabriela Heinrich, Linda Heidmann, Matthias Helfrich, Marc Helfrich, Katrin Helling-Plahr, Wolfgang Helmich, Katrin Henneberger, Anke Henning, Susanne Henning-Welsow, Michael Henning-Welsow, Michael Henning-Welsow, Michael Henning-Welsow, Martin Hess, Katja Hessel, Ansgar Hebeling, Susanne Höhle. Karsten Hilse, Christian Hirte, Thomas Hitschler, Nicole Höchst, Dr. Gero Clemens Hocker, Manuel Höferlin, Alexander Hoffmann, Dr. Bettina Hoffmann, Dr. Christoph Hoffmann, Dr. Anton Hofreiter, Leif-Erik Holm, Bruno Höhnl, Dr. Hendrik Hoppenstedt, Franziska Hoppermann, Jasmina Hostert, Reinhard Huben, Johannes Huber, Verena Hubertz, Markus Hümpfer, André Hunko, Hubert Hüppe, Gerrit Hui, Olaf Inderbeek, Erich Ersdorfer, Fabian Jakobi, Dieter Janicek, Steffen Janich, Anne Jansen, Thomas Jatzombeck, Jüde Jensen, Dr. Marc Jongen, Andreas Jung, Ingmar Jung, Frank Junge, Josep Juratovic, Dr. Ann Biruschka-Jurisch. Oliver Kaczmarek, Lamja Kador, Elisabeth Kaiser, Dr. Kirstin Kappert-Gonter, Majid Karaahmetoglu, Anja Karliczek, Carlos Kasper, Anna Kazautsky, Gabriele Kaczmarek, Dr. Malte Kaufmann, Dr. Michael Kaufmann, Rainer Johannes Keller, Michael Kellner, Ronja Kemmer, Dr. Franziska Kersten, Katja Keul, Stefan Keuter, Missbach Kahn, Roderich Kiesewetter, Michael Kiesling, Sven Christian Kindler, Dr. Georg Kippels, Katja Kipping, Kanzel Kitzeltepe, Helmut Klebank, Carsten Klein, Dr. Ottilie Klein, Volkmar Klein, Maria Klein-Schmeink, Norbert Kleinwächter, Dr. Christina Klink, Lars Klingbeil, Julia Klöckner, Annika Klose, Daniela Kluckert, Tim Klüssendorf, Axel Knörig, Pascal Kober, Jens Köppen, Dr. Bärbel Kofler, Dr. Lukas Köhler, Dr. Lukas Köhler, Enrico Komning, Anne König, Jörn König, Karina Konrad, Markus Koop, Markus Koop, Chantal Kopp, Karsten Körber, Jan Korte, Simona Koss, Steffen Kotré, Laura Kraft, Dr. Rainer Kraft, Philipp Kremer, Annette Kramme, Dunja Kreiser, Gunter Krischbaum, Dr. Günter Krings, Oliver Krischer, Martin Kröber, Michael Kruse, Tilman Kuban, Wolfgang Kubicki, Konstantin Kuhle, Christian Kühn, Kevin Kühnert, Renate Kühnast, Markus Kurth, Sarah Lahrkamp, Alexander Graf Lambsdorff, Ricarda Lang, Ulrich Lange, Andreas Larem, Armin Laschet, Ina Latendorf, Dr. Silke Launert, Dr. Karl Lauterbach, Karin Leih, Ulrich Lechte, Jens Lehmann, Sven Lehmann, Silvia Lehmann, Paul Lehrrieder, Dr. Katja Leichert, Kevin Leiser, Steffi Lemke, Jürgen Lenders, Barbara Lenk, Ralf Lenkert, Dr. Andreas Lenz, Christian Laie, Luisa Litschina-Bode, Dr. Thorsten Lieb, Anja Liebert, Esra Limbacher, Helge Limburg, Lars Lindemann, Helge Lindh, Andrea Lindholz, Christian Lindner, Dr. Tobias Lindner, Michael Georg Link, Dr. Carsten Linnemann, Patricia Lips, Denise Lob, Bernhard Loos, Dr. Gesine Lötsch, Rüdiger Lukassen, Max Lux, Dr. Jan-Marco Lutschak, Daniela Ludwig, Bettina Luck, Dr. Anna Lührmann, Oliver Lutschitsch, Christine Lüttke, Thomas Lutzke, Heiko Maas, Dr. Tanja Machalett, Klaus Mack, Isabel Maxen-Geis, Yvonne Marquas, Eric von Melodki, Holger Mann, Till Mansmann, KW Mansouri, Dr. Zander Martens, Dorothee Martin, Parza Marwi, Franziska Maschek, Katja Mast, Andreas Mattfeld, Stefan Mayer, Zö Mayer, Volker Mayer-Lay, Andreas Mehl-Tretter, Takis Mehmet Ali, Pascal Meiser. Dr. Michael Meister, Susanne Menge, Anniko Merten, Friedrich Merz, Robin Messerosch, Jan Metzler, Christoph Mayer, Corinna Miasga, Svantje Henrike Michelsen, Katrin Mischel, Dr. Matthias Mittelberg, Dr. Matthias Miersch, Matthias David Miewes, Dr. Irene Mihalic, Boris Mijatovic, Susanne Mittag, Amira Mohamed Ali, Cornelia Möhring, Falco Mors, Claudia Moll, Simtje Möller, Maik Monsek. Dietrich Mondstadt, Matthias Moosdorff, Maximilian Mordhorst, Maximilian Mörseburg, Alexander Müller, Axel Müller, Bettina Müller, Carsten Müller, Claudia Müller, Detlef Müller, Florian Müller, Michael Müller, Sascha Müller, Sepp Müller, Stefan Müller, Beate Müller-Gemmecke, Frank Müller-Rosentritt, Michelle Müntefering, Sebastian Münzenmaier, Dr. Rolf Mützenich, Dr. Stefan Nacke, Sarah Nanni, Rasha Nassar, Jacqueline Nastic, Edgar Naujok, Dr. Ingrid Nestle, Dr. Ophelia Nick, Brian Nichols, Petra Nikolaisen, Dietmar Nitan, Jan-Ralf Nolte, Dr. Konstantin von Notz, Omid Noripur, Jörg Nürnberger, Lennart Oehl, Wilfried Oellers, Moritz Oppelt, Josefin Ortlepp, Florian Osner, Josef Oster, Henning Otte, Karolin Otte, Gerold Otten, Cem Özdemir, Mahmut Özdemir, Aydan Özdemir, Julian Pahlke, Dr. Christos Pantasis, Wiebke Pappenbrock, Matthias Pappendieck, Petra Pau, Lisa Paus, Nathalie Pavlik, Jens Peik, Sören Pellmann, Viktor Perli, Tobias Matthias Peterka, Christian Petri, Dr. Andreas Filippi, Dr. Paula Piazzotta, Stefan Pilsinger, Jan Ploppner, Dr. Christoph Bloß, Dr. Martin Plum, Jürgen Pohl, Phyllis Pollat, Sabine Poschmann, Achim Post, Stefan Protschka, Thomas Rachel, Kerstin Radomski, Alexander Radwan, Claudia Raffelhüschen, Alius Reiner, Dr. Peter Ramsauer, Dr. Volker Redder, Henning Rehbaum, Martin Reichardt, Dr. Markus Reichel, Heidi Reichenek, Dr. Anja Reinalter, Hagen Reinhold, Martin Erwin Renner, Martina Renner, Bernd Reuter, Jeon Rieh, Josef Rief, Bernd Rixinger, Andreas Rimkus, Frank Rink, Sönke Rix, Dennis Rode, Lars Rower, Sebastian Rohloff, Dr. Martin Rosemann, Jessica Rosenthal, Tabea Rösner, Claudia Roth, Michael Roth, Dr. Norbert Röttgen, Dr. Manuela Rottmann, Stefan Ruhenhoff, Thomas Röwekamp, Erwin Rüttel, Dr. Thorsten Rudolf, Tina Rudolf, Corinna Rüffer, Albert Rupprecht, Bernd Rützel, Sarah Reglewski, Johann Saathoff, Kasim Tahir Saleh, Katharine Dos Santos-Fürnhaber, Dr. Thomas Sattelberger, Christian Sauter, Axel Schäfer, Ingo Schäfer, Jamila Schäfer, Dr. Sebastian Schäfer, Frank Schäffler, Rebecca Schammer, Bernd Schattner, Johannes Schätzl, Dr. Wolfgang Schäuble, Ulle Schaufs, Dr. Nina Schär, Dr. Christiane Schänderlein, Andreas Scheuer, Marianne Schieder, Udo Schiefner, Ulrike Schielke-Ziesing, Peggy Schierenbeck, Jana Schimke, Timo Schisanowski, Christoph Schmidt, Dr. Nils Schmid, Dagmar Schmidt, Eugen Schmidt, Jan Wenzel Schmidt, Stefan Schmidt, Uwe Schmidt, Carsten Schneider, Daniel Schneider, Jörg Schneider, Patrick Schnieder, Olaf Scholz, Nadine Schön, Marlene Schönberger, Johannes Schraps, Christian Schreider, Felix Schreiner, Christina Johanne Schröder, Ria Schröder, Michael Schrodi, Anja Schulz, Uwe Schulz, Cordula Schulz-Asche, Svenja Schulze, Frank Schwabe, Stefan Schwarze, Andreas Schwarz, Armin Schwarz, Rita Schwarzelüer-Sutter, Matthias Seester-Pauli, Stefan Seidler, Detlef Seif, Dr. Stefan Seiter, Thomas Seitz, Dr. Lina Seitzel, Meli Seegman, Rainer Semet, Martin Sichert, Thomas Silberhorn, Björn Simon, Dr. Petra Sitte. Judith Skudenli, Naik Slavik, Tino Sorge, Jens Spahn, Dr. Anne Monika Spalek, Dr. Dirk Spaniel, Merle Sperleberg, René Springer, Svenja Stadler, Katrin Staffler, Nina Starr, Martina Stamm-Fibisch, Bettina Stark-Watzinger, Dr. Till Steffen, Dr. Wolfgang Steffinger, Albert Stegemann, Dr. Ralf Stegner, Matthias Stein, Johannes Steiniger, Hanna Steinmüller, Christian von Stetten, Nadia Stammert, Dieter Stier, Klaus Stöber, Diana Stöcker, Konrad Stockmeier, Beatrix von Storch, Gero Storjan, Stefan Stracke, Dr. Marie-Angnes Strack-Zimmermann, Benjamin Strasser, Max Straubinger, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Christina Stumm, Rupert Stüwe, Jessica Tatti, Claudia Tausend, Dr. Hermann-Josef T. Brocke, Aude Tesfayewsus, Linda Teuteberg, Jens Teutrine, Michael Theurer, Michael Thews, Hans-Jürgen Thies, Stefan Thomae, Alexandra Trom, Antje Tillmann, Astrid Timmermann-Fechter, Nico Tippelt, Manfred Totenhausen, Dr. Florian Tonja, Markus Töns, Carsten Träger, Jürgen Trittin, Anja Trofschafasik, Derja Türk-Nachbauer, Markus Uhl, Katrin Uhlig, Dr. André Ullmann, Frank Ullrich, Gerald Ullrich, Dr. Volker Ullrich, Alexander Ullrich, Dr. Julian Verlinden, Kersen Vieregge, Johannes Vogel, Katrin Vogler, Dr. Oliver Vogt, Maria-Lisa Völlers, Dirk Vöpel, Christoph de Vries, Dr. Johann David Wadefuhl, Niklas Wagner, Robin Wagner, Dr. Sarah Wagenknecht, Dr. Carolin Wagner, Johannes Wagner, Maja Wallstein, Hannes Walter, Beate Walter-Rosenheimer, Marco Wanderwitz, Nina Warken, Sandra Weser, Carmen Wegge, Melanie Wegling, Dr. Dr. Alice Weidel, Dr. Joe Weingarten, Dr. Anja Weisgerber, Saskia Weishaupt, Maria-Lena Weiß, Sabine Weiß, Stefan Wenzel, Lena Werner, Nicole Westig, Bernd Westphal, Dr. Harald Weihel, Kai Wittaker, Annette Wittmann-Mauz, Wolfgang Wiele, Dr. Klaus Wiener, Dirk Wiese, Klaus-Peter Wilsch, Elisabeth Winkelmeier-Becker, Tobias Winkler, Tina Winkelmann, Dr. Christian Wirth, Dr. Volker Wissing, Janine Wissler, Uwe Witt, Mächtild Wittmann, Dr. Herbert Wollmann, Mareike Lotte-Wulff, Joachim Wundrack, Gülistan Yüksel. Emi Zollner, Kai-Uwe Ziegler, Paul Ziemiak, Stefan Zierke, Dr. Jens Zimmermann, Nikolas Zipelius, Armand Zorn, Katrin Schau. Klaus-Peter Wissler, Vielen Dank. 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 Ja, haben gestimmt. Vielen Dank. Vielen Dank.